Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum dritten Spieltag, der Hallenmeisterschaften und neben dem dritten Spieltag wird es auch die Playoffs noch im Anschluss geben. Danke fürs Reinschalten, viel Spaß beim Zuschauen, wenn eure Mannschaft rausfliegt, dann ist das so, tut mir leid, ich kann auch nicht alles regeln. Jetzt geht's los mit Gruppe A, viel Spaß. Die Gruppe A ist durchaus spannend am letzten Spieltag, alle vier Mannschaften haben drei Punkte und Duisburg gegen Dresden damit schon ein vorentscheidendes Spiel. Das heißt, verlieren verboten geht gar nicht anders und Duisburg will auf keinen Fall verlieren. Sauer mit dem 1 zu 0 für den MSV, ein wunderbarer Name, passt nicht zu diesem Tor, denn das war eher süß. Und, ach, Entschuldigung, diesen Wortwitz, der nicht mehr witzig war, ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Und Duisburg konnte damit leben, weil sie spielerisch alles gut machten. 2 zu 0 Wiederholung war uns mal wieder nicht vergönnt. Dynamo Dresden ein bisschen neben der Rolle, auch als Kommentator ist das interessant anzuschauen. Als Hosina das 2 zu 1 erzielt plötzlich wieder da, die SG Dynamo Dresden. Ein hohes Unentschieden könnte ja reichen zum Weiterkommen, aber will man sich darauf verlassen? Ne, eigentlich nicht. Und Dresden, da kommen sie zum Ausgleich. 2 zu 2. Jetzt erstmal, tatsächlich würde dieses Unentschieden ja reichen. Sie stehen ja vor dem MSV Duisburg. Wichtig also, dieser Ausgleich. Duisburg musste was tun und sie mussten nicht lange warten, bis wieder was passierte. Es war sauer mit dem zweiten Treffer. 3 zu 2 für den MSV. Jetzt wieder Dresden in Not. Es ging also hin und her. Ich habe da genauso wenig Überblick wie der Werte Zuschauer daheim auf der Couch oder wo auch immer. Vincent Vermeille machte das Ganze dann aber deutlicher mit dem 4 zu 2. Und jetzt konnte sich schon eine gewisse Tendenz erkennen lassen. Das würde momentan Duisburg in die nächste Runde bringen. Und Dresden wäre raus. Aber sie werten sich nochmal. Vlacho Dimos und Chris Löwe mit dem 4 zu 3. Ein Spektakel, das seinesgleichen sucht. Ein Tor noch für Dynamo Dresden. Und das Weiterkommen wäre durchaus denkbar. Zehn Sekunden noch. Löwe nochmal. Das tut natürlich weh. Dann lief die Zeit runter. Oder nochmal Dresden. Nein. Feierabend. Es endet mit 4 zu 3. Duisburg geht eine Runde weiter. Und Dresden muss sich tatsächlich leider verabschieden. Bedeutet auch eine spannende Ausgangslage für das zweite Spiel. Leverkusen gegen Würzburg. Leverkusen würde einen unentschieden reichen. Würzburg muss also auf Zwang gewinnen. Charles Aranguiz für Leverkusen. Erstmal mit dem guten Beginn. Charles Aranguiz. Sie wollten hier unbedingt den Sieg einfahren. Möglichkeit irgendwie nicht geklärt. Dann Patrick Schick mit dem 1 zu 0 für Bayer 04 Leverkusen. Die Würzburger Kicker. Dass sie mussten jetzt was machen. Ansonsten würden sie halt mit Dynamo Dresden ausscheiden. Was für ein Fehler jetzt aber von Radetzky. Wird nicht böse. Sondern geht in die andere Richtung wieder. Charles Aranguiz. 2 zu 0. Etwas mehr als eine Minute gespielt. Man musste jetzt doch tatsächlich sich erstmal als Würzburg-Fan. Die Augen reiben sah gar nicht gut aus. Was die Kickers hier macht. Nur Felix Magath war schon wieder kurz davor den Trainer rauszuschmeißen. Hier steht aber gar keiner an der Seitenlinie. Und 8 Sekunden vor Pausen pfiff dann der Anschluss durch Kopac. Der hier die Hoffnung zurückbringt tatsächlich. Weiter Ball. Jonathan Tah. Da möchten wir nicht drüber sprechen. Wie alt der in letzter Zeit manchmal aussah. Hier kann er dann dribbeln. Verliert aber den Ball. Katastrophe. Kopac. 2 zu 2. Würzburg kehrt zurück. Nach 0 zu 2 sind sie wieder da. Und die Hoffnung auf das Weiterkommen liegt nur ein Treffer entfernt. Sané. Kopac. Sané. Und Nachschuss. Sonntimer nochmal. Sonntimer. 3 zu 2. Spiel gedreht. Würzburg schießt sich aktuell in die nächste Runde. Bayer 04 Leverkusen wäre raus. Es ist ja ein Spektakel. Dieses fiktionale Hallenmeisterschaftenturnier. Aber Bayer 04 Leverkusen hatte auch noch nicht genug. Wendell quergelegt. Tah. Es fehlt ja nur ein Tor. Es fehlt ja nur dieses Tor von Patrick Schick. 3 zu 3. Leverkusen weiter. Duisburg weiter. Dresden und Würzburg raus. Gibt es ja gar nicht. Tah mit dem Ball nach vorne. Schick mit dem Megahammer. Und Würzburg. Sie standen unter Druck. Weniger als 5 Sekunden noch zu spielen. Hansen. Und er wird doch nicht. Sonntimer. Er wird doch nicht. Er wird. Eine Sekunde vor Ende. Schießt Würzburg sich noch eine Runde weiter. Und Leverkusen fliegt doch noch raus. Mein Gott. Was eine Dramatik. Gibt es ja gar nicht. 4 zu 3. Würzburg eine Runde weiter. Und Leverkusen ist weg. Für den FC St. Pauli ist das hier nur noch ein Schaulaufen. Aber sie können die Bayern auch ärgern. Wenn St. Pauli hoch gewinnen sollte, kann Bayern sogar noch rausfliegen. Ist relativ unwahrscheinlich. Unmöglich ist es aber nicht. Also mussten die Bayern auch wachsam sein. Die erste Chance gehört aber dem FC St. St. Pauli Chiare testet Manuel Neuer. Erster Durchgang relativ ereignislos. Boris Tashi noch einmal. Momentan nicht der Torjäger vor dem Herren. Trotzdem gute Möglichkeiten für St. Pauli. Zweiter Durchgang. Der FC Bayern München bemüht. Aber so richtig viel ging nicht. Ab mit dem Punkt könnten sie leben. Damit wären sie nämlich sicher weiter. Schöne Seitenverlagerung. Serge Gnabry. Nette Direktabnahme. Hier läuft es besser als in der Liga. Kann sich feiern lassen. Gegen Schalke und gegen St. Pauli kann man dann eben auch treffen. Die sind momentan einfach schlecht drauf. Ja und Brodersen muss hinter sich greifen. Brodersen heute hat da mal im Hallentor auch die Möglichkeit sich auszuzeichnen. Darf aber erstmal auch wieder hinter sich greifen. 90 Sekunden vor dem Ende. Das 0 zu 2 war hier jetzt schon sowas wie die Entscheidung der FC St. Pauli hatte nicht mehr irgendetwas dagegen zu setzen. Brodersen greift neben den Ball. Gab es vielleicht nochmal ein Ehrentor. Gnabry kommt dagegen. Lawrence nicht in den Zweikampf. Boris Tashi. Ja tatsächlich Boris Tashi. Den gibt es oder das gibt es ein Tor von Boris Tashi. 1-2 aber mehr als Kosmetik war das nicht. Bayern gewinnt mit 2-1. St. Pauli war eh schon raus. Und der FC Bayern. Er ist weiter. Vielleicht sogar als Ruppenerster. Das hängt dann von diesem Duell hier ab. Saarbrücken gegen Zwickau. Und Zwickau ist momentan mit vier Punkten Tabellen Erster. Das heißt der erste FC Saarbrücken muss gewinnen. Sonst wären sie raus. Und man sah es den Saarbrückern an. Sie kamen. Auch zum Erfolg Zeitz mit dem 1-0. Der FSV Zwickau verabschiedet sich. Stand jetzt aus diesem Turnier. Es ging auch hier durchaus heiß her. Die Möglichkeit hier zum Ausgleichstreffer. Jetzt Saarbrücken aber mit dem Konter. Jakob. Jakob. Doppelschlag. 0-2. Möglichkeit für Zwickau weiterzukommen. Sie schwindet. Aber es sind eben auch nur zwei Tore. Und das haben wir vor allem in Gruppe A jetzt schon gesehen. Wie schnell sich da alles nochmal umändern kann. Ummodeln kann. Zweiter Durchgang. Saarbrücken verliert den Ball. Darf so natürlich nicht passieren. Jensen. Schönes Tänzchen. Trifft aber nur den Außenpfosten. Der erste FC Saarbrücken. Also etwas im Glück. Jetzt kam sie aber wieder nach vorne. Weiter Ball. Müller quergelegt. Schön gespielt. Singer mit dem 3-0. Und das dürfte doch dann wohl schon die Entscheidung gewesen sein. Für den ersten FCS. Wuchtiger Treffer. Und Brinkis hatte weiterhin so seine liebe Mühe hier. Was für ein Fehler in der Defensive. Singer holt sich den Ball. Jakob. 0-4. Heftige Packung. Die man sich hier wieder abholen kann. Aus Sicht des FSV Zwickau. Und dabei war man doch vor diesem Spieltag ungeschlagen. Jetzt ist es das 0-4. Die Chancen weiterzukommen. Sie schwanden. 1-4. Immerhin noch ein Ehrentreffer. Viel jubeln kann man da eigentlich nicht. Weil es wohl nicht nützen wird. Die Bayern gehen als Gruppenerster wohl weiter. Und der erste FC Saarbrücken kommt dann als Zweiter mit rein. So wird es sein. So soll es sein. So wird es bleiben. Und Zeit noch mit dem 5-1. Und Zwickau fliegt tatsächlich raus. Mit dem FC St. Pauli zusammen. Hat trotzdem 4 Punkte erreicht. Gutes Turnier des FSV Zwickau. Und trotzdem ist nach 3 Spielen leider schon Schluss. Das entscheidende Duell um Platz 2 zwischen Braunschweig und Fehl. Fehl muss gewinnen. Ist letzter Tabellenplatz. Braunschweig würde aufgrund des Torverhältnisses ein Punkt reichen. Aber der SC Fehl hatte nicht die Möglichkeit oder die Lust sich hier geschlagen zu geben. Und Braunschweig ging das Ganze vielleicht etwas zu locker an. In der Halle auf unentschieden spielen ist natürlich komplett die falsche Einstellung. Sah aber ein bisschen danach aus. Fehlwitz muss hinter sich greifen. 1-0 für den SC Fehl. Von Braunschweig kam nicht viel schwer. Schwermann führt hier ein Tänzchen auf. Mann, Schwermann. Warum denn? Warum machst du sowas? Abdullahi, Proschwitz. 1-1. Da muss man sich als SC Fehl-Fan die Haare raufen. Ei, 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 ei. Proschwitz macht es dann gut. Schwermann. Diesmal kein Tänzchen. Diesmal geht er an. Jetzt dribbelt er ein bisschen rum. Schwermann. Super Pass, Koroba. 2-1 für den SC Fehl. Und jetzt wäre wieder der Sportclub eine Runde weiter. Und Braunschweig müsste sich verabschieden. Konnte Braunschweig noch ausgleichen. Ein Tor in anderthalb Minuten ist das doch möglich. Proschwitz holt sich den Ball. Nicolaou. Kessel. Tolle Parade von Brüsecke. Und die Entscheidung in diesem Duell. Fehl gewinnt mit 2-1. Geht als Zweiter eine Runde weiter in die Playoffs vielleicht. Oder auch so schon. Ingolstadt und Sandhausen. Das ist das Messen um Platz 1. Sandhausen kann auch alle Plätze erreichen. Sie können sogar rausfliegen. Sollten sie hier mit 2 Toren Unterschied verlieren. Aber es sah gut aus beim SV Sandhausen. Kevin Bürste-Behrens. Auch diesen Spitzner muss sich einfach mitnehmen. Er ist einfach passend. Und wenn man diese Haarpracht sieht, kann man nicht anders, als ihn so zu nennen. Toller Fußballer ist er auf jeden Fall. Aber die Trikots werden hier auch kritisch beäugt. Also warum nicht auch die Frisuren? Linsmeier 2-0 für den SV Sandhausen. Dann widmen wir uns vielleicht mal wieder den wichtigen Dingen. Nämlich dem virtuellen Fußball. 2-0 für den SVS. Ingolstadt ist ihm schon mit den drei Punkten in einer ganz guten Ausgangslage. Trotzdem will man halt lieber auch Tabellen-Erster bleiben. Und dazu muss auf jeden Fall ein Unentschieden her. Jetzt zumindest das 2-1-Möglichkeit. Also wieder da der SV Sandhausen. In Mauer. Verfassung defensiv. Zweiter Durchgang. Gerade hat er begonnen. Da kommt wieder Kevin Behrens. Scheitert erstmal an Heinloth. Heinloth trischt das Ding noch weg. Macht er dann auch. Buntic nimmt ihn auf. Rückpassregel hier irgendwie nicht vorhanden. Etwas mehr als eine Minute nur noch zu spielen. Eck hat da Jensa. Sehr schön. Und die hindern sich da selbst am Verteidigen. Rickwolle muss hinter sich greifen. Kaya mit dem 2-2. Spielt Ingolstadt auf Platz 1 zurück. Wieder Anpfiff. Gerade angeflötet nach dem 2-2. Dann Nauber mit diesem Pass. So ein Scheu mit dem 3-2. Jetzt Sandhausen wieder Erster. Ingolstadt Zweiter. Jetzt müssen sie darauf hoffen, dass es nicht genug bessere Zweitplatzierte gibt in den Gruppen. Sieht aber trotzdem gut aus mit Plus-1-Torverhältnissen. Und drei Punkten. Sandhausen ist aber jetzt schon safe als Gruppenerster weiter. Darmstadt gegen 1860 München. Ja, das ist auch für 1860 noch eine ganz entscheidende Nummer. Ähnliche Ausgangslage wie in der Gruppe zuvor. Wenn Darmstadt hier gewinnt, dann ist 1860 komplett raus. Und Dortmund dürfte als Gruppenzweiter weitergehen mit einem Punkt. Das wäre natürlich mickrig. Aber unmöglich ist es nicht. Der SV Darmstadt machte es hier auch gut. Platte. Aber Pech bei Hilla. Und wie geht der denn nicht rein? Aufweier. Das muss es sein. Da werden sich die Dortmunder Fans aber richtig ärgern. Das wäre die große Möglichkeit gewesen. Jetzt 1860. Moll legt auf. Per Hacke. Nochmal Quirin. Moll schon mit der Parade. Weiterhin also 0 zu 0. Und hoffen und bangen für den BVB. Ein Tor für Darmstadt. Muss her. Vielleicht mit Wittek. Maximilian Wittek. Pfosten. Was für ein Pech. Und Darmstadt machte weiter. Ihnen würde ein Unentschieden zum Gruppensieg reichen. Sie riskierten trotzdem alles. Mölders quergelegt. Wein. Mölders. Natürlich Mölders mit dem 1-0. Bringt 1860 auf Platz 1. Darmstadt auf Platz 3. Und der BVB muss tatsächlich von der Couch aus sich jetzt geschlagen geben. Und mit einem Punkt aus dem Turnier verabschieden. Zwischenergebnisse. 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 Union Berlin hat diesen beiden Mannschaften hier. Rostock und Hannover waren mal so richtig die Grenzen aufgezeigt. 4-2 verlor. Rostock 5-1 Hannover 96. Es musste besser werden. Es wurde besser. Tumassi mit dem 1-0 für Hannover 96. Sie brauchen hier den Sieg. Sie haben eben höher verloren gegen Union Berlin. Daher würde Rostock für den zweiten Platz ein Punkt reichen. Hannover 96 muss hier zwangsläufig gewinnen. Und Hannover 96 hatte ganz schön Frust auf der Seele. Tumassi mal wieder. Manche nennen ihn auch Messi. Tumassi. Ich nenne ihn Tumassi. Auf jeden Fall Hendrik Weidand dann mit dem 2-0. Tolle Partie für Hannover 96. Sah es richtig gut aus der FC Hansa Rostock. Ja, da ging die Kogge aber mal baden. Und zwar nicht im positiven Sinne, sondern eher mit einem ganz dicken Leck. Aber sie kam noch mal zurück. Sonneberg. Möglichkeit Breyer. Abgefälscht. Irgendwie wiederbekommen. Und dann 2-1. Es war also plötzlich wieder heiß. Hansa Rostock brauchte nur noch einen Treffer. Und Hannover 96 ging da der Allerwerteste. Vielleicht auch ein bisschen auf Grundeis. Ja, ein Tor. Das ist hier in der Halle schnell erzielt. Aber eben auch für Hannover 96. Aber auch für den FC Hansa Rostock. Pascal Breyer. 2-2. Jetzt wieder Hansa im besseren Ausgangspunkt. Würdestand jetzt weiter sein. Und eben wohl die Playoffs spielen mit einem einzigen Punkt. Hannover 96 hat er aber noch nicht genug. Alleine im ersten Durchgang kam noch mal was. Tomassi. Mit dem 3-2. Ich spreche ihn jetzt einfach so die ganze Zeit aus. Tut mir leid, wenn es falsch ist. Ich habe einfach keine Ahnung. 3-2 für Hannover 96. Auf jeden Fall ganz wichtig. Doch Hansa Rostock kam noch mal. Sonneberg ans Aluminium. Und dann der Konter. Der Gegenangriff. Elis Josep. Elis. Der Innenverteidiger geht einfach durch. Wird da nicht angegriffen. Ein schöner Schaulauf dann hier. Ja, für Kolke. Der hier wieder zum viertmal hinter sich greifen muss. Die Krake. Sie funktioniert scheinbar in der Halle nicht. Oder gibt es wenigstens trotzdem noch das Erbarmen? 4-3. Kurz vor dem Ende. Rostock braucht also nur noch ein Tor, um weiterzukommen. Michael Esser auch eher richtig bedient auf diesen kleinen Toren. Wie kann man da so viele Gegentore kassieren, muss man sich fragen. Es ist ja auch egal. Als neutraler Zuschauer ist man begeistert. Und Tomassi hatte noch ein. 5-3. Und dann war tatsächlich Feierabend. Das konnte Rostock nicht mehr umbiegen. Hannover 96. Ist Tabellenzweiter. Kann sich damit darauf freuen, zumindest die Playoffs zu spielen. Und Hansa Rostock muss sich verabschieden aus diesem Wettbewerb. Mit zwei Niederlagen und auch sage und schreibe neun Gegentoren. Auch hier wurden zwei Mannschaften aber ganz übel mitgespielt. Wehen und Paderborn. Sie haben Packungen gekriegt. Paderborn hat 6-1 verloren gegen Stuttgart. Wehen 4-5. Also Wehen-Wiesbaden würde ein Punkt reichen. Aber sie gehen trotzdem auf Sieg. Das ist Tollerbach mit dem 1-0-Führungstor. Der SC Paderborn kassiert das siebte Gegentörchen. Ganz schön übel im Schnitt. Ja, ein Tor. Ein Gegentor pro Minute. Aber sie konnten wiederkommen durch Schonlau. Es würde ein einfacher Sieg hier reichen. Der VfB Stuttgart eben grüßt schon lange als Tabellenerster. Als Tabellenführer und Meister dieser Gruppe. 1-1 der SC Paderborn. Er hatte Blut geleckt. Antwi Ajay. Das sieht sehr gut aus. Super gespielt. Und Srebreni mit dem 2-1 für den SC Paderborn. Der SV Wien-Wiesbaden stand jetzt aus dem Wettbewerb rausgeflogen. Wuchtiger Schuss. Noch immer nicht Halbzeit nach Rückstand. Der SC Paderborn hier richtig heiß. Schonlau. Sebastian Schonlau. Abgewährt vor die Füße von Srebreni. 3-1 für den SC Paderborn. Die gehören für diese Trikotfarbe. Eigentlich bestraft. Da tun einem die Augen weh. Aber sie können sich spielerisch einfach durchsetzen. Und im zweiten Durchgang ging es gut. Und torreich weiter. Antwi Ajay mal wieder. Der macht ein tolles Spiel. Und semmelt selber drauf. 4-1. Der SV Wien-Wiesbaden lag gegen Stuttgart. Hat ja sogar 4-0 zurück. Am Ende war es ein knappes 4-5. Aber dieses 4-1 war doch jetzt schon ein Wirkungstreffer. Anderthalb Minuten Zeit für drei Tore. Nichts Unmögliches. Aber auch nichts einfach zu bewerkstelligenes. Hollerbach nochmal mit dem 4-2. Aber es war das Schlussresultat. 4-2 endet das hier. Paderborn holt sich Platz 2. Hat damit die Chance weiterzukommen. Und Wien-Wiesbaden ist raus. Gladbach, Regensburg, Viktoria Köln. Für Gladbach sieht es sehr gut so weit aus. Regensburg reicht ein Unentschieden für Platz 2. Ein Sieg könnte sie auf Platz 1 sogar bringen. Aber der muss dann hoch. Oder mit zwei Toren Unterschied ausfallen. Erstmal muss man überhaupt gewinnen. Weil Viktoria Köln in Führung ging. 1-0 für die Viktoria. Der SSV Jan Regensburg. Also im Hintertreffen sah nicht gut aus. Beim Jan Vrenetzi. Das ist aber schön gemacht. Ausgleich für die Regensburger Albers. Macht das Ding rein. Verschiebt sich also sekündlich diese Tabelle. Regensburg momentan zweiter. Und zweiter Durchgang. Regensburg machte weiter gut mit Sebastian Mielitz mit der Parade. Rossmann schmeißt sich dann rein und bringt den Ball irgendwie aus der Gefahrenzone. Nicht mehr lange zu spielen. Regensburg kam und wollte hier alles entscheiden. Albers. Und er macht es nicht. Mielitz mit der Parade. Und nach Rainer. Der holt sich aber die Pille. 2-1 Regensburg. Der SSV Jan setzt sich ab. Setzt sich durch. Gewinnt dieses Duell und kommt damit eine Runde weiter für Viktoria Köln. Ist hier mit Feierabend in diesem Wettbewerb. Frankfurt ist schon sicher weiter in dieser Gruppe. Der Boxkampf um Platz 2 findet zwischen Aue und Hallestadt. Aue momentan Platz 2 aufgrund der knapperen Niederlage gegen Frankfurt. Auch das kann manchmal funktionieren. Der Hallesche FC. Aber er hatte hier einiges vor. Beuth mit der Fahrzeugziehervorlage für Papadopoulos. Sehr gut gemacht. Und dann eben auch nett abgestaubt. Carlo Gero Rizzuto sieht da alt aus. Jetzt leitet er aber diesen Angriff ein. Testrot kommt nicht durch. Gegen Angriff. Müller. Weiterschlag nach vorne. Papadopoulos. 0-2. Gibt es ja gar nicht. Was ist denn da mit Aue los? Scheint nicht so viel Lust auf diesen Wettbewerb zu haben. Zumindest sieht das spielerisch so aus. Noch ohne einen eigenen Treffer in diesem Wettbewerb. Vielleicht jetzt Rizzuto. Ja. Vielleicht jetzt. Genau jetzt. 2-1 nur noch. Die Hoffnung war wieder da. Da jubelt er. Ganz entspannt. Ganz locker. Ganz sicher. Und jetzt reicht er wieder. Ein einziges Törchen für Aue. Zum Weiterkommen. Der Hallesche FC hingegen. Er war jetzt mehr und mehr unter Druck. Papadopoulos diesmal wieder in der Vorlage. Rolle. Mast. Der profitiert hier vom Kuddelmuddel. Wunderbares Wort einfach. Das wusste ich jetzt verwenden. Mast mit dem 1-3. Aue gab sich aber noch nicht geschlagen. Test rot nochmal. Ball nach vorne. Und da ist Rizzuto. 2-3. Hoffnung. Mal weg. Mal da. Mal weg. Mal da. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt fehlt wieder nur noch ein Tor. Und man hat ja noch über eine Halbzeit Zeit. Die zweite Hälfte dann aber von Halle etwas ruhiger angegangen. Nicht mehr so viel Risiko. Philipp Riese. Top Möglichkeit. Parade von Müller. Auch nicht schlecht. Aber es gab noch mal eine Chance zum Weiterkommen. Rizzuto noch einmal. Und Rossmann. Bussmann. Sorry. Bussmann natürlich. Rossmann spielt bei Viktoria. Aber es war es. Das war es. Aue verliert mit 3-2. Fliegt aus dem Wettbewerb. Und Halle kann weiterkommen. In der Annahme, dass Karlsruhe nicht mit 7 Toren Unterschied verliert, werden sie wohl in diesem Wettbewerb zumindest mal Zweiter. Aber der FC Augsburg, der hatte hier etwas vor. Ist momentan Tabellendritter. Uerdingen konnte die Fuggerstädter besiegen. Das heißt, man muss jetzt hier im zweiten Spiel etwas liefern. Und es sah gut aus. Trauwe Leo mit dem 1-0 für den FCA. Und das war wirklich ein sehr guter Abschluss. Für Uerdingen. Also eine Drucksituation irgendwie zwischen Himmel und Hölle. Aber der Ausgleich von Karlsruhe erfolgte auf dem Fuße. Jetzt Uerdingen also doch wieder erst mal Tabellenzweiter, die hier sich das Ganze angucken mussten. Der KSC erkam wieder. Kota, Spiel gedreht sogar. 2 zu 1, 3 Sekunden vor dem Pausefiss. Plötzlich wieder da der FC Augsburg jetzt. Ach, weiterhin raus. Sie brauchten zwei Tore. Zwei Tore für Rot-Grün-Weiß, um weiterzukommen. Genug Zeit war. Aber sie haben auch viel riskiert und viel verloren dabei. Kota, 3 zu 1. Jetzt wurde es für den FC Augsburg langsam etwas aussichtslos. Schön von Kota gemacht. Gikiewicz greift hinter sich. Aber Augsburg, sie gaben sich noch nicht geschlagen. Niederlechner quergelegt zu Rani Khedira. Aber nur noch 43 Sekunden für zwei Tore. Nichts der Unmöglichkeit. Aber arg unwahrscheinlich, weil der KSC auch weiterhin gut mitmachte. Die Zeit verfloss. Nur noch zehn Sekunden knapp. Und Kota mit der Entscheidung. 4 zu 2. Karlsruhe geht aus dieser Gruppenphase mit zwei Siegen raus. Augsburg ohne einen einzigen Punkt fliegen sie raus. Uerding dann voraussichtlich in den Playoffs mit der Chance zum 16. Finale. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Nürnberg und Hertha messen sich. Wichtiges Spiel für die Hertha. Sie brauchen zwei Tore. Unterschied, um weiterzukommen. Oder einen hohen Sieg mit einem Tor. Unterschied hier. Aber erstmal gar nichts davon zu sehen. Stattdessen der 1. FC Nürnberg, der 5 zu 2 gegen Türkgücü gewinnen konnte. Mit dem nächsten Gala-Auftritt sorgt für die Führung. Wortspiel nicht beabsichtigt. Der 1. FC N macht es gut. Die Hertha wie von der Rolle. Handwerker. 2 zu 0 für den Klub. Da musste man sich jetzt als Hertha-Fan so Stück für Stück mit dem Gedanken auseinandersetzen. Hier in der heimischen Halle nicht mehr viel mitspielen zu können. Keine Rolle mehr dabei zu haben. Und Sorg, der erwischt in einen tollen Tag. Zweiter Durchgang. Also Seitenwechsel schon lange vollzogen. Sorg. Sorg. Tut mir leid. Auch jetzt wieder nicht beabsichtigt dieser schlechte Witz. Aber Sorg macht eben die Entscheidung. Und Schäffler hatte da nochmal Bock. 4 zu 0. Die Hertha. Sie fiel auseinander. Mann, oh Mann. Erstaunlich. Erstaunlich. Plattenhardt holt sich hier die Pille. Plattenhardt quergelegt. Zu Tussar. Immerhin ein Ehrentreffer. Ja, gibt's das. 4 zu 1. Trotzdem eine ganz klare Sprache, die hier gesprochen wird. Nürnberg ist weiter. Türkgücü zweiter. Und Hertha als Tabellenletzter ohne Punkt aus diesem Wettbewerb. Ausgeschieden. Das Duell der Sieglosen hier. Düsseldorf gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat 1 Punkt. Düsseldorf 0 Punkte. Dementsprechend würde Hoffenheim 1 Punkte erstmal genügen. Aber sie wollten unbedingt auf Gruppensieg gehen. Grillitsch mit dem 1-0 nach 16 Sekunden. Und Hoffenheim. Sie bräuchten einen Sieg mit 3-Toren Unterschied. Weil Waldhof Mannheim eben auch ein gutes Torverhältnis hat. Und der direkte Vergleich. Ja, der ist mit einem unentschieden ja gleichmäßig ausgegangen. Und sie legten nach. 2-0. Dennis Geiger mit der Erhöhung Düsseldorf. Da konnten jetzt schon die Hoffnungen so langsam aufgegeben werden. Sie bräuchten jetzt 3 Tore. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Florian Grillitsch mit dem 3-0. Jetzt war alles klar. Hoffenheim momentan eben sogar Gruppenerster. Mit einem Torverhältnis von 4-1. Aber Düsseldorf, sie bewiesen noch einmal Moral. Kovnatski 3-1. Anderthalige Minuten vor Schluss. Und jetzt hätten wir eine Patz-Situation. Waldhof Mannheim und Hoffenheim beide mit 4-2 Torverhältnis. Und beide auch eben mit dem direkten Vergleich komplett gleichauf. Aber Alfredo Morales wollte kein Entscheidungsspiel zwischen diesen beiden Mannschaften sehen. Es sei ihm gedankt. Es bleibt nämlich dabei, dass Waldhof Mannheim-Tabellenführer bleibt, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Um ein einziges Tor. Hoffenheim doch nur Zweiter trotz der Niederlage. Aber als bester Gruppenzweiter haben sie durchaus die Möglichkeit weiterzukommen. Der erste FC Heidenheim misst sich mit dem SV Werder Bremen. Das kennen wir doch noch irgendwoher. Habt nur irgendwie vergessen, woher. Werder Bremen braucht zwei Tore und einen Sieghalt mit zwei Toren Unterschied, um weiterzukommen. Sah nicht so schlecht aus. Nick wollte mal mit dem 1-0 Führungstreffer. Und Heidenheim musste jetzt echt aufpassen. Ihnen würde ein Punkt reichen oder eben eine Niederlage mit einem Torunterschied. Dann hätten sie zwar den direkten Vergleich verloren, aber immer noch das bessere Torverhältnis. Und das steht hier vor dem direkten Vergleich. Wir sind ja nicht in England oder in Spanien, wo auch immer das so gemacht wird. Hier war es dann aber vom 1. FC Heidenheim ein sehr ängstlicher, ein schwacher Auftritt. Zweiter Durchgang schon und das wieder Nick Woltemade. 2-0. Und das würde Bremen momentan tatsächlich auf Platz 2 bringen. Und Heidenheim müsste sich verabschieden. Und das trotz eines Sieges. Das wäre der beste Tabellendritte. Aber das bringt einem überhaupt nichts. Aber noch einmal hier die Möglichkeit. Manon Busch. Oh, Manon Busch. Da war doch was. Ja, das war mal ein Werder Rane. Hat sogar ein Bundesliga-Tor erzielt gegen den VfL Wolfsburg. Hier macht er das 1-2. Und bringt Bremen in Not. Bremen braucht unbedingt ein Tor. Sonst wäre Bremen raus. Zwei Sekunden noch. Veljkovic. Ne, Zeit reicht nicht mehr. Heidenheim verliert mit 1-2. Kommt trotzdem als Zweiter voraussichtlich weiter. Und Bremen verliert trotz eines Siegs. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Mir geht langsam hier die Stimme abhanden. Aber es muss ja auch weiter geschrien werden. Not Unsinn gequatscht werden. Osnabrück gegen Freiburg. Osnabrück muss hier unbedingt gewinnen. Und es sah gut aus. 20 Sekunden gespielt. 1-0 für Schmidt. Freiburg hat 1 Punkt. Osnabrück 0 Punkte. Und Meppen mit 4 Punkten schon ziemlich gut gesichert. Der VfL Osnabrück muss also hier gewinnen. Freiburg reicht das Unentschieden. Und vielleicht jetzt für Amir Abraschi auch die Möglichkeit zum Unentschieden. Er gleicht zumindest erstmal aus. 1-1. Amir Abraschi. Bleibt da ganz locker. Und schiebt das Ding ein. Und wieder Abraschi. Schön sieht das aus. Abraschi. 2-1. So schön. So toll. Da gibt es leider nicht mehr eine Wiederholung von. Aber der Treffer hat gezählt. Sie sehen es an der Anzeigentafel. Und für den VfL Osnabrück wurde es jetzt bitter. Nach 1-0-Führung geht man dann hier doch relativ deutlich baden. Lukas Höhler mit dem 3-1. 4 war jetzt nicht mehr, was Hoffnung machte für Osnabrück. Sie brauchten jetzt 3 Tore. Aber vielleicht ist es ja möglich mit Henning. Mit Henning. Santos. Santos. 2-3. Ja, also doch. Vielleicht nochmal die Hoffnung. 2 Tore. Das ist möglich. Knapp unter einer Minute Zeit. Und da ist Möhler, Santos, Abraschi. So viele Namen, die man sich erstmal merken muss. Santos, Henning, Müller, Henning. 3-3 Ausgleich. Ja, und Osnabrück braucht nur noch ein Tor. Brauchte nur noch ein Tor. Sie haben es aber nicht geschafft, dieses zu erzielen. So fliegen sie raus. Freiburg mit zwei Punkten muss sicherlich in die Playoffs mappen. Als Gruppenerster sicher weiter. Der HSV braucht unbedingt gegen den 1. FC Köln einen Sieg. Sonst war es das schon. Der 1. FC Köln kann sich dementsprechend mit einem Punkt bemühen. Wenn sie gewinnen sollten, haben sie die Möglichkeit, theoretisch mit richtiger Toranzahl sogar Erster zu werden. Aber da mussten sie sich erstmal gar nicht drum kümmern, weil Onana mit dem 1-0 für den HSV den Hamburger Sportverein auf Platz 2 brachte. Der 1. FC Köln hatte jetzt also eine Aufgabe zu lösen. Mit Eliaschkiri ging das vielleicht. Es ging sogar. Nebennios mit der Vorlage. Eliaschkiri mit dem 1-1 Ausgleichstreffer. Der HSV stand jetzt also wieder raus. Köln als Zweiter weiter. Ulreich steht vielleicht etwas zu weit vor dem Tor, aber viel kann man hier tatsächlich nicht anrichten. Der HSV. Er kam weiter. Onana. Jamra. Stark gemacht von Jamra. Zweier Einführungstreffer. Jetzt der HSV. Also wieder weiter. Super abgenommen. Für Timo Horn bleibt dann nichts als hinterherschauen. Zweiter Durchgang. Fehler Onana. Anthony Modest. Schöne Dribbling. Anthony Modest bleibt dran, aber kommt nicht durch. Der HSV Köln kam aber wieder. Jetzt bauten sie richtig Druck auf. Das ist Hoan quergelegt zu Modest. 2 zu 2. Und jetzt muss sich der HSV doch aus dem Wettbewerb verabschieden, weil sie nicht mehr zurückkamen. Es geht 2 zu 2 aus. Köln muss wohl in die Playoffs. Hamburg ist raus. Unter Haching als Gruppenerster. Sicher im 16. Finale. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Bochum und Bielefeld müssen sich nicht so große Sorgen darum machen, weiterzukommen. Aber es geht hier um den Gruppensieg. Und der VfL Bochum, auch mit einem Unentschieden, werden sie schon sicher weiter. Jetzt setzen sie aber ein Draufgehen mit 1 zu 0 in Front. Und das gibt die Top-Ausgangslage hier als Gruppenerster. Sicher im 16. Finale mit weißer Weste einzuziehen. Bayern 2 eben komplett raus in der B-Gruppe mit den B-Namen Gambula. Was egal wie und was hier buchstabiert wird. 2 zu 0 für den VfL. Macht es da ganz locker überlegt vorbei an Stefan Ortega. Ja, das wäre jetzt eine Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Ortega Morien. Oh, ei, 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 ei. Jetzt wurde es übel. Es tat richtig weh, wenn man jedenfalls Bielefeld-Fan ist. Gambula mit dem 3 zu 0. Und damit schon relativ klar, wer hier Gruppensieger werden würde. Aber Cordova legt nochmal quer. Macht er plötzlich nochmal das Ganze hier spannend oder was? Kunze mit dem 3 zu 1 zumindest. Macht es gut. Man braucht ja auch ein bisschen Selbstvertrauen. Und das Torverhältnis kommt eben auch drauf an, ob man in die Playoffs muss oder so weiterkommt. Und da ist Tesche mit dem 4 zu 1. Sorry, da muss ich einmal kurz niesen. Aber das Spiel wartet nicht auf mich. Robert Tesche mit dem 4 zu 1. Und das ist für Bielefeld jetzt eine ziemlich schlechte Ausgangslage. Dieses schlechte Torverhältnis klingelt in den Ohren nach Playoffs. Spätestens jetzt, weil Robert Tesche das 5 zu 1 sogar noch macht. Per Seitfallzieher. Bielefeld hat zwar 3 Punkte, aber eben jetzt auch ein Torverhältnis von minus 3. Gucken wir mal. Bochum auf jeden Fall sicher weiter. Und Bielefeld, die müssen wohl in die Extra-Runde rein. Der 1. FC Kaiserslautern ist schon so gut wie sicher Tabellen. 1. Mainz müsste mit 3 Toren Unterschied gewinnen und dann sogar noch mehr Tore erzielen. Also das ist sehr, sehr unlogisch. Kreuter Fürth muss hier unbedingt gewinnen, um Zweiter zu werden. Und das sieht gut aus erstmal. Mergi Mavray mit dem Führungstreffer. Sie haben 5 zu 2 verloren gegen den 1. FC Kaiserslautern. Hier also wieder auf Tunach Wiedergutmachung bestrebt. Der 1. FSV Mainz 05 braucht einen Punkt. Burkhardt zu Pierre Kunde. Da ist auch der Ausgleich. 55 Sekunden vor dem Seitenwechsel. Ganz wichtiges Tor für den 1. FSV Mainz 05. Und Kreuter Fürth in heller Aufruhr. In größter Not. Sieht nicht gut aus. Sieht eher ziemlich schwierig aus. Weil der 1. FSV Mainz 05 weiter gut mitmachte. Aaron Martin mit dem 2 zu 1. Partie gedreht. Fürth brauchte jetzt 2 Tore. Der 1. FSV Mainz 05 aber machte weiter. Robin Kaiserslautern gnadenlos. Jonas Burkhardt mit dem 3 zu 1. Und 3 Tore jetzt für Kreuter Fürth. Eine riesige Aufgabe. Aber irgendwie glaubten sie dran. Knapp über eine Minute noch zu spielen. Mavray, Tillmann zu Emil Berggrin. 2 zu 3. Also 2 Tore noch in 1 Minute und 10 Sekunden. Ja, trotzdem nicht unbedingt eine ganz tolle Ausgangslage. Emil Berggrin hier. Aber zumindest mit dem 2 zu 3. Oder gegen doch noch mehr. Tillmann, Emil Berggrin. 3 zu 3. Also doch noch mal die Riese in Hoffnung für Fürth. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Tor. Und sie würden als Zweiter in die Playoffs gehen. Der 1. FSV Mainz 05. Müsste sich verabschieden. Momentan wären sie noch weiter. 15 Sekunden. Da können wir jetzt runterzählen. Oder wir gucken aufs Feld. Nielsen. Nielsen. Nein, er scheitert. Aber Berggrin staubt ab. Spiel doch gedreht. Noch 1 zu 0 Rückstand. 9 Sekunden vor dem Ende. Macht Gräuter Fürth das 4 zu 3. Und schmeißt Mainz doch noch raus. Unglaubliches passiert. Hier wird glaublich gemacht. Und Fürth. Ja, als Zweiter kommen sie in die Playoffs. Mainz ist raus. Kiel gegen Schalke. Kiel reicht ein Punkt für Platz 1. Eine Niederlage. Eine Knappe könnten sie sich sogar auch erlauben. Aber wenn sie hoch verlieren, kommt der FC Schalke 04 weiter. Holstein Kiel wollte sich damit aber nicht auseinandersetzen. Spielte nach vorne. Doch das ist Ahmed Kutucu. Das 1 zu 0. Und der FC Schalke 04 konnte plötzlich doch wieder hoffen, eine Runde weiterzukommen. Holstein Kiel hatte Angst und man sah es. 6 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt und das 2 zu 0 durch Bujelab. Momentan also tatsächlich Schalke weiter, beziehungsweise auf Platz 2 und Holstein Kiel raus aus dem Wettbewerb. Und Schalke machte weiter mit Kutucu. Bastian Oczipka. Kutucu. Drin das Ding. 3 zu 0. Jetzt wurde es langsam ungemütlich für Kiel. Und Schalke brauchte nur noch ein Tor. Dann würden sie sogar als Gruppenerster weitergehen. Und Magdeburg als Zweiter in die Playoffs. Aber Holstein Kiel kam nochmal. Bartels. Bartels setzt nach. 3 zu 1. Und jetzt brauchte Holstein Kiel einen Treffer nur noch. Um doch weiterzukommen. Hatte Königsblau jetzt Angst. Oczipka sah nicht danach aus. Oczipka zu Bujelab. 4 zu 1. Und jetzt brauchte Kiel wieder 2 Tore. Es wurde also unwahrscheinlicher für die Störche hier auf Platz 2 zu kommen. Die Zeit wurde auch knapper. Noch einmal Schalke mit Bastian Oczipka. Sogar das 5. Tor gelang ihn noch. Und damit kommt Schalke sicher als Gruppenerster weiter. Magdeburg muss in die Playoffs oder vielleicht als bester Gruppenzweiter. Auch nicht. Aber 5-1 für Schalke. Wichtiges Resultat. Zwischenergebnisse. 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 So, dann schauen wir mal drauf. Sicher weiter sind als Tabellenführer. Duisburg, Bayern, Leipzig, Sandhausen, 1860, Union, Stuttgart, Gladbach, Frankfurt und Karlsruhe. Nürnberg, Waldhof, Mannheim, Lübeck, Meppen, Haching, Bochum, Kaiserslautern und Schalke. Die besten Tabellenzweiten werden wir uns jetzt auch anschauen. Und es sind eben nach Punkten und Toren und Torverhältnis geordnet geworden. Regensburg, Hoffenheim, Magdeburg, Ingolstadt, Darmstadt, Heidenheim, Verl und Türkgücü. Die sind sicher weiter. Es gibt 8 Mannschaften, die also in die Playoffs müssen. Das ist der SC Freiburg. Der 1. FC Köln, Paderborn, Halle, Uerdingen, Bielefeld, Fürth und Hannover. Das wurde jetzt geordnet. Die wurden auch nochmal angeschaut. Hannover beispielsweise hat 3 Punkte und Minus 2 ist mit das Schlechteste. Dafür beziehungsweise ist noch das Beste von den Schlechtesten 8. Also es ist alles ein bisschen kompliziert, aber könnt ihr mir schon glauben. Freiburg auf jeden Fall mit 2 Punkten und 0 Toren oder 0 Torverhältnis tritt gegen Hannover an. Naja, es ist auch relativ Wurst. Ihr könnt das selber alles nachrechnen, aber das kommt so hin. Also das sind die Playoffs-Spiele. Freiburg, Hannover, Köln gegen Fürth, Paderborn gegen Bielefeld, Halle gegen Uerdingen. Und jetzt geht es darum, wer im 16. Finale nächste Runde noch spielen kann und wer da eingesetzt wird. Also los geht es jetzt mit Freiburg gegen Hannover. Alles ein bisschen konfus, aber so ist es nochmal. Los geht es. Playoffs-Spiel Nummer 1. Freiburg gegen Hannover 96. Und jetzt geht es wirklich darum, Sieg oder Niederlage. Zur Not geht es auch in die Verlängerung und ins 7,9 Meter schießen. Was auch immer das ist. Höhler mit dem Heizel für Freiburg. Knappe Minute hier gespielt. Der SC Freiburg bringt sich schon mal in eine gute Ausgangslage, um dann doch in die Zwischenrunde einzuziehen. Als Mannschaft ohne eine Niederlage. Zwei Punkte hat man bisher geholt in der Gruppe. Wie gesagt, das ist egal. Und egal ist jetzt auch, dass sie in Führung gegangen sind. Denn Holt macht das 1 zu 1. Bringt Hannover 96 hier zurück ins Spiel. Bringt die Hoffnung zurück für die Niedersachsen. Freiburg kann nur reingrätschen ohne Erfolg. Hannover und Hannover. Nochmal Hannover. Duksch zu Bijoll. Spiel gedreht. Hannover 96 schlägt zurück. Marvin Duksch behält die Übersicht. Bijoll kommt dann aus dem Rückraum angelaufen und dreht das Spiel. Also für Hannover 96 jetzt eine gute Chance hier zum 3 zu 1. Und nach viel Bangen, viel Glück dabei für Freiburg kommt doch das 3 zu 1. Und das war jetzt doch schon so etwas wie die Vorentscheidung. Der SC Freiburg konnte sich nicht mehr so richtig akklimatisieren. Ellis stattdessen noch einmal mit dem 4 zu 1. Die Entscheidung Hannover 96 zieht damit ein in die Zwischenrunde. Und der SC Freiburg muss sich jetzt aus dem Wettbewerb leider verabschieden. Aber in den K.O. Spielen ist es so. Da muss man sich immer von einer Mannschaft trennen. Zweites Playoffspiel. 1. FC Köln gegen Greuther Fürth. Und es war spektakulär, wie sich Fürth durchgesetzt hat gegen Mainz mit dem 4 zu 3 in allerletzter Sekunde. Also fast zumindest. Köln in gelb. Fürth in grün. Und das sah gut aus. Mergi Mavray mit der Führung. Der Innenverteidiger, der nicht zum ersten Mal hier knipst in der Halle. Timo Horn etwas überwältigt. Sehr gut von den Kleeblättern. Der 1. FC Köln. Er hatte in der Defensive doch so richtig Probleme. Modest. Jetzt geht es aber mal vorwärts. Gegen den HSV konnte man sich dann durchsetzen. Mit einem Unentschieden ist man weitergekommen. Hier Horn mit dem Unentschieden. Nummer 2. Ein 1 zu 1. Das eben momentan erstmal in die Verlängerung führen würde. Aber es war ja noch genug Zeit. Der zweite Durchgang gerade abgepfiffen. Und Erskern verliert den Ball. Bergren und Brandimir. Gut, Armer frei. Kopfball von Raum. Und 2-1. Gräuter führt die zweite Führung für die Kleeblätter. Auch etwas Glück dabei. Timo Horn verliert die Übersicht. Und Hannover hatte jetzt schon mit Gräuter führt. So was wie den nächsten sicheren Mitstreiter in der nächsten Runde. Aber der 1. FC Köln wollte sich nicht zu Freiburg dazu gesellen. Aber Burch hat mit einer tollen Parade. Und dann blieb es dabei. Fürth und Hannover bislang die beiden Mannschaften, die sich in den Playoffs durchsetzen konnten. Der SC Paderborn gegen Bielefeld. Also ein Duell der Ostwestfalen von einer gewissen Rivalität geprägt. Paderborn in Grün-Gelb. Und Bielefeld in Orange. Rief besser für Bielefeld. Gebauer mit der Führung. Der SC Paderborn spielt sich hier selber so ein bisschen in die Bredouille. Hier toll der Ball abgefangen von Fabian Kloos. Gebauer, der dann lauert. Aber der SC Paderborn lässt sich nicht so einfach geschlagen gegen Dennis Rebbeni. Ausgleich. Minute 20 vor Seitenwechsel. Gut, locker überlegt. Abgeschlossen. Rebbeni schiebt ihn ein. Und Tor. Zingerle kommt mal wieder weit raus. Sebastian Schonlau. Weiter Ball. Rebbeni. Spiel gedreht. 2-1 SC Paderborn. Und Arminia Bielefeld mit einer großen Herausforderung. Die Angst auszuscheiden durchaus gegeben. Aber noch nicht ganz Pause. Nochmal Bielefeld. Und da ist auch der Ausgleich. Gebauer mit dem Doppelpack. Also doch das 2-2. Noch bevor die Seiten getauscht werden. Der SC Paderborn in der Defensive einfach zu anfällig. Zingerle geht hier auch runter wie eine Bahnschranke. Zweiter Durchgang. Jetzt Bielefeld wieder. Brunner. Edmund Zorn zu Gebauer. Der macht selber und tunnelt Zingerle. Ganz unglückliche Aktion. Und Gebauer mit dem Tag der Tage. 3-2 für den deutschen Sportklub. Und davon konnte sich der SC Paderborn nicht mehr erholen. Bielefeld nochmal. Gebauer. Und Gebauer wird nicht angegriffen. Dann macht das selber. 4-2. Im Alleingang bringt Gebauer hier. Bielefeld eine Hunde weiter gegen den SC Paderborn. Der geführt hat. Aber das nicht über die Zeit bringen konnte. Bielefeld gewinnt also das Duell der Ostwestfalen mit 4-2. und zieht damit ins 16. Finale ein. Die letzten Playoffs oder das letzte Playoff-Spiel von Halle und dem KFC Uerdingen. Ausgeführt. Zwei Mannschaften in der dritten Liga momentan aktiv. Halle in Schwarz und mit dem 1-0. Sehr guter Beginn. Julian Derstroff. Toller Ball. Schöne Abnahme. Läuft dann da den Zaun entlang für den KFC Uerdingen. Einen Rückschlag. Sie haben eine heftige Packung in der Gruppenphase erhalten. Diesmal wollten sie es besser machen. Noch 10 Sekunden zu spielen in der ersten Halbzeit. Van Ooyen mit Dorda im Zusammenspiel. Weiter Ball. Kipris zu Van Ooyen. Und zwei Sekunden dann noch zu spielen gewesen. Das 1-1 für den KFC Uerdingen. Der Hallesche FC kann also nicht in die Pause gehen mit der Führung. Und Uerdingen drehte jetzt auf. Gremaldi. Dorda. Adriano Gremaldi. 2-1 für den KFC. Das war jetzt für den Halleschen der FC sehr schmerzhaft. Mussten jetzt also nochmal zurückkommen. Und die Frage, konnten sie das? Es sah nicht so übel aus. Toni Lindenhahn. Gutau mit dem Abschluss. Nochmal Gutau. Lindenhahn staubt ab. 2-2. Also doch zurück. Der Hallesche FC ging dann doch relativ schnell. Und die Chance für den KFC Uerdingen. Wieder gegen zu steuern mit Kiprit. Es gelang. 3-2. Es ging hier also auch Schlag auf Schlag. Mal wieder so ein Torfestival. Wie so oft schon in der Halle. Erst noch die tolle Parade. Dann aber der Nachschuss von Kiprit nicht mehr zu halten. Große Chance hier zum Ausgleich. Der KFC Uerdingen also im Glück. Dann mit dem Gegenangriff. Kiprit zu Gremaldi. Der hat schon getroffen und trifft nochmal. 4-2. Und langsam wurde die Zeit eng für den HFC. 55 Sekunden für zwei Tore. Relativ schwierig. Gremaldi kam nochmal. Gremaldi zu Kiprit. 5-2. Die Entscheidung. Dicke fette Packung. Dann doch für den HFC, der sich lange gut geschlagen hat. Aber dann doch aus dem Turnier ausscheiden muss. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse der Playoffs einmal im Überblick. Und dann schauen wir doch mal gemeinsam auf den Turnierbaum. Die ersten Plätze sind belegt worden eben von Duisburg, Fehl, 1860, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Meppen, Bochum, Lautern, Haching, Waldhofmannheim, Karlsruhe, Gladbach, Union Berlin, Sandhausen und dem FC Bayern. Es gibt ja nur 16 16. Finalspiele. Das heißt, es gibt zwei Mannschaften, die Tabellenerster geworden sind, aber nicht in diesen ersten Topf reinkommen. Das sind dann die schwächsten ersten geworden oder gewesen. Das ist Schalke mit drei Punkten und Lübeck ebenfalls mit drei Punkten. Sie sind beide nur unter den ganzen zweiten Plätzen. Das heißt, sie sind jetzt trotzdem im 16. Finale, gehören aber in den zweiten Topf rein. Da sind dann 16 weitere Mannschaften drin. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Dann habe ich mir einfach ein Tool geschnappt. Ich habe das Ganze geordnet von Gruppe A bis R einmal für die Erstplatzierten. Duisburg oben links, dann Bayern unten rechts als zwei. Dann Gruppe C oben links wieder, RB Leipzig, Gruppe D, Sandhausen unten rechts. Und immer so weit habe ich es geordnet. Und demnach habe ich dann so einen Zufallsgenerator angeschmissen. Alle Mannschaften, die Zweiter geworden sind, in den Playoffs gewonnen haben. Oder wie auch immer in diesen zweiten Topf gerutscht sind, eben als schlechtester Gruppenerster mit Lübeck und Schalke. Habe das Ganze dann angeschmissen. Der Zufallsgenerator hat mir eine Reihenfolge gegeben. Und in dieser Reihenfolge habe ich es dann den Tabellenersten zugeordnet. Oben links die Nummer 1. Unten rechts die Nummer 2. Oben links dann drunter die Nummer 3. Unten rechts dann die Nummer 4. Und so weiter und so fort. Ihr seht den Turnierbaum. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Ja, hier habt ihr nochmal diese Zufallsreihenfolge, wie sie gekommen ist. Ich habe es jetzt einfach so ausgelost. Ist für mich die beste Möglichkeit. Und den Turnierbaum seht ihr dann. Da gibt es dann eben die Möglichkeit einzusehen, wie sich dieser Turnierbaum entwickeln wird. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen mit dieser Folge. Wieder eine sehr lange Folge. Sie werden jetzt etwas kürzer, weil es eben auch weniger Spiele werden. Ich hoffe trotzdem, wie immer es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren zweiten Weihnachtstag, wenn ihr das aktuell schaut. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund und adios.